hallo ihr lieben ich bin hier an der wundervollen amalfi küste in italien unterhalb von neapel und habe hier einen foundation und ich kann euch nur sagen es ist so mega ich bin total glücklich über diese wahl die ich damals mit verena getroffen habe und dass wir jetzt hier sind und was für ein beitrag dieser ort hier ist wir sind wirklich mega geflasht alle miteinander über diesen ausblick über dieses klima über dieses meer über diese menschen hier die einfach aus und beitrag für uns sind und wahrscheinlich wir auch für sie und ich habe einfach festgestellt wie cool das ist wie sehr es sich lohnt man sich so komfortzone von zu hause zu verlassen ich habe selber einen wunderschönen seminar raum zu hause und dennoch was diese reise hierher auch an an ja an unterstützung an beitrag an erlebnissen gebracht hat und die leute hier jetzt die teilnehmer die sind ja die sind einfach weg von zu hause sind auf der einen seite viel entspannter und auf der anderen seite aber auch das excitement und aufregung drin weil man einfach guckt haben heute abend essen und es kommen so viele dinge hoch so viele dinge verändern sich gerade bei jedem einzelnen auf seine art und ja möchte einfach nur danke sagen an alle die das hier ermöglicht haben und die anderen teilhaben lassen ich kann euch nur ermutigen wenn irgendwo mal was angeboten ist und ihr merkt da geht es innen drin richtig auf da da kommt eine aufregung da kommt sie so in der magengegend so dieses schmetterlingsgefühl kann ich nur sagen was wird es brauchen diesen impuls aufzuschnappen und diesen schritt aus der box aus der schachtel rauszugehen und was neues zu wählen ja in diesem sinne wünsche ich euch allen einen mega tag eine mega zeit und freue mich euch wann wie wo auch immer zu sehen ciao